Hallo, Daniel hier. Auf vielfachen Wunsch habe ich mein beliebtes Tutorial zur RAW Therapy noch einmal neu aufgelegt, und zwar mit Off-Kommentar statt nur Text. Was ist der Vorteil von RAW? RAW-Fotos bieten eine höhere Farbtiefe pro Farbkanal und lassen sich daher weitergehender bearbeiten als JPEG-Dateien. Darum schwören viele Fotografen auf das RAW-Format. Doch für Einsteiger in das RAW-Format ist aller Anfang oft sehr schwer, unter anderem weil die meisten RAW-Converter etwas kompliziert anboten. Aber mit etwas Übung wird man bald gute Resultate erzielen. Wie man RAW-Dateien bearbeitet, werde ich euch heute mit dem Programm RAW-Ferropy demonstrieren. RAW-Ferropy ist ein leistungsstarker RAW-Converter und eine kostenlose Alternative zu Programmen wie Adobe Lightroom oder Capture One. Ihr könnt RAW-Ferropy herunterladen unter RAW-Ferropy.com. Und es geht los. Dies ist mein Beispielfoto im RAW-Format direkt aus der Kamera. Und ich möchte folgendes Ergebnis erzielen. Starten wir durch. Ich öffne RAW-Ferropy und sehe diese Ansicht. In der Verzeichnisstruktur links unten navigiere ich zu dem Ordner mit der zu öffnenden RAW-Datei. Und ich öffne die gewünschte RAW-Datei mit einem Doppelklick. Hier ist die Datei. Nun ein Doppelklick drauf. Und nach einer Weile öffne die Datei in der Editor-Ansicht. Ihr seht nun mal ein Beispielfoto, wie es aus der Kamera kommt. In der rechten Menüleiste benötige ich folgende Menüs. Einmal Belichtung. Einmal Details. Einmal Farbe. Ich arbeite von links nach rechts und beginne daher mit Belichtung. Ich nehme als erstes eine Belichtungskorrektur vor und bewege mal den Regler hin und her. Und seht ihr die Veränderung? Eine manuelle Eingabe von Werten ist ebenfalls möglich. Mit dem kleinen Pfeilsymbol rechts neben dem Regler kann man die Einstellungen zurücksetzen. Hilfreich bei der Bildbearbeitung ist das Histogramm. Das seht ihr links oben. Das Histogramm zeigt die Häufigkeitsverteilung der Farben von schwarz links bis weiß rechts. Starke Ausschläge nach oben ganz links bzw. rechts können ein Hinweis auf eine Unter- bzw. Überbelichtung sein. Da mein Foto ein wenig unterbelichtet wirkt, werde ich zuallererst eine Belichtungskorrektur vornehmen. Mit der Lichterkompression kann ich zu helle Bereiche dämpfen und mit Schwelle die Anpassung fein abstimmen. Achtet mal auf die hellen Bereiche im Foto. Mit dem Regler für Schwarzwert korrigiere ich die Tiefen. Und mit der Schattenkompression lässt sich die Anpassung der Tiefen fein abstimmen. Ich verstärke in diesem Fall die Tiefen ein wenig. Die Funktionen Helligkeit, Kontrast und Sättigung sollten geläufig sein. Ich passe lediglich den Bildkontrast ein wenig an. Ist das Foto zu blass, könnte man noch die Farbsättigung erhöhen. Da ich die Farben später anpassen werde, belasse ich den Wert bei 0. Abschließend nehme ich eine Anpassung der Tonwertkurve vor. Es stehen mehrere Tonwertkurven Modi zur Auswahl. Aber ich belasse es bei Standard, wähle als Kurventyp angepasst. Die X-Achse zeigt das Farbspektrum im Bild von ganz schwarz nach ganz weiß. Und entlang der Y-Achse verändert man jeweils dessen Helligkeit. Ich helle die dunklen Bereiche etwas auf, indem ich den Anfasser unten links entlang der Y-Achse nach oben ziehe. Nun forme ich eine Art S-Kurve. Diese S-Kurve intensiviert den Unterschied zwischen dunkel und hell. Um den Unterschied zu zeigen, setze ich meine Kurve zurück. Davor kopiere ich sie aber erst in die Zwischenablage. Achtet mal auf das Bild. Seht ihr den Unterschied? Da ich mit dem Ergebnis zufrieden war, füge ich das Kurven-Schema wieder ein. Mit der Belichtung bin ich soweit fertig. Nun scrolle ich nach unten und nehme eine Anpassung des Lab-Farbraumes vor. Dieser Farbraum beschreibt alle wahrnehmbaren Farben. Ich passe lediglich Kontrast und Chromatizität an. Auch hier gilt es, es mit der Bearbeitung nicht zu übertreiben. Die Chromatizität bewirkt eine Abschwächung bzw. Verstärkung der Farben. Je weiter links der Regler, desto farbärmer wird das Foto. Je weiter rechts, desto bunter wird es. Eine Vignette ist eine konstruktionsbedingte Abschattung des Objektivs an den Bildrändern. Man kann sie aber auch als Stilelement einfügen und das tue ich jetzt. Auch hier lassen sich diverse Parameter nach Belieben anpassen. Achtet auf meine Aktionen und die Veränderungen im Foto. Ich entscheide mich für eine leichte Vignettierung des Fotos. Belichtung, Farben, Kontrast und so weiter habe ich jetzt optimiert. Jetzt kommen die Details dran. Ein gutes Foto soll natürlich scharf sein. Und da RAW-Dateien ungeschärft aus der Kamera kommen, muss ich Hand anlegen. Ich aktiviere Schärfung. Zur besseren Beurteilung der Details zoome ich auf die 1 zu 1 Ansicht. Ich wähle einen kontrastreichen Bildausschnitt, um Überschärfungen sofort erkennen zu können. Die wichtigsten Parameter sind der Schärferadius und Intensität. Achtet auf die Veränderungen im Foto. Mit der Bildschärfe kann man es aber auch übertreiben, darum wähle ich eher konservative Werte. Hier noch einmal der Vergleich. Ich bin zufrieden und widme mich nun der Rauschreduzierung. Ich werde nun das sogenannte Luminanzrauschen etwas mindern. Ziehe ich den Regler weit nach rechts, verschwindet das Rauschen nahezu komplett. Aber leider auch sehr viele Bilddetails. Mit Luminanzdetails kann ich zwar die Detailgenauigkeit erhöhen, trotzdem ist es besser zur Wahrung der Bilddetails die Rauschreduzierung nur sehr sparsam anzuwenden. Für die Luminanzdetails wähle ich den Mittelwert. Für die Reduzierung des Luminanzrauschens einen niedrigen Wert. Hier die Vergleichsansicht. Wichtiger ist die Funktion Krominanz. Krominanzrauschen äußert sich in unschönem bunten Rauschen. Krominanzrauschen möchte ich auf keinen Fall im Foto haben. Diesen Wert stelle ich darum auf den Maximalwert. Und schwäche dafür den Wert für Luminanz noch ein wenig ab. Hier wieder eine Vorher-Nachher-Ansicht. Nachdem ich alle Bilddetails fertig angepasst habe, nehme ich mir die Farben vor. Und wechsle in den Menüpunkt Farben. Hier kann ich zum Beispiel den Weißabgleich korrigieren. Verschiedene Presets stehen zur Auswahl. Achtet auf die Veränderung im Foto. Je höher der Wert, desto wärmer die Farbtonung. Statt Presets zu verwenden, kann ich die Farbtemperatur aber auch manuell festlegen. Als nächstes erhöhe ich die Farbdynamik, um mehr Brillanz zu erhalten. Ich kann gesättigte und pastellende Töne entweder gekoppelt oder einzeln anpassen, indem ich das Häkchen bei Pastell und gesättigte Töne koppeln, entferne bzw. wieder setze. Achtet auf die Änderung des Fotos, während ich die Regler bewege. Ich entscheide mich für eine leichte Anhebung der Dynamik. Abschließend noch einmal eine Vorher-Nachher-Ansicht. Mit der Funktion Schwarz-Weiß könnte ich ein Schwarz-Weiß-Foto ausarbeiten, aber dazu mehr in einem anderen Tutorial. Um den Gelbstich in den hellen Bildbereichen sowie das Himmelblau etwas zu dämpfen, nehme ich unter Farbton, Sättigung, Dynamik eine leichte Farbkorrektur vor. Und das funktioniert so. Im Sättigungskanal wähle ich Min, Max, Kontrollpunkte. Jede zu sehende vertikale Linie symbolisiert einen Farbton und indem ich die Schnittpunkte nach oben bzw. unten ziehe, kann ich einen Farbton verstärken bzw. abschwächen. Nun schwäche ich den Gelbstich ab. Achtet auf den Schnee. Und dasselbe mache ich noch mit dem Blauton. Mit der Farbverschiebung nach links oder rechts würde ich eine Farbverschiebung zum benachbarten Farbton bewirken. Damit kann ich Gelb in Richtung Rotton oder Grünton verschieben und so orange bzw. hellgrüne Farbtöne editieren. Noch einmal die Vorher-Nachher-Ansicht. Hierfür kopiere ich meine Anpassungen und setze alles zurück. Ich bin mit meinem Werk zufrieden und füge die zwischengespeicherte Kurve wieder ein. Angenommen, mir gefällt der Bildausschnitt nicht oder das Foto ist schief bzw. verzerrt. Kein Problem, das erledigen wir mit dem Transformieren-Menü. Einen Bildausschnitt nehme ich wie folgt vor. Ich wähle in der oberen Werkzeugleiste das Beschnittwerkzeug und ziehe den Beschnittrahmen über das Foto. Im Menü rechts kann ich zum Beispiel ein Bildformat wählen und den Rahmenpixel genau verschieben bzw. skalieren. Ich lege für den Beschnittrahmen das 16 zu 9 Format fest und skaliere ihn auf die gewünschte Größe. Die 16 zu 9 Proportion wird ab jetzt beibehalten. Fertig. Heutzutage betrachtet man Fotos meist nur auf Monitoren, doch dafür benötige ich nicht die volle Bildauflösung. Darum werde ich das Foto genauer meinen Bildausschnitt skaliert exportieren. Hierfür benötige ich das Skalieren-Menü. Unter Anwenden behalte ich Ausschnitt bei, da ich wie gesagt nur den Ausschnitt skaliert exportieren will. Landschoß liefert beim Herunterskalieren übrigens die qualitativ besten Ergebnisse. Ich behalte unter Basierend Begrenzungsrahmen bei, weil ich eine fixe Breite und Höhe angeben möchte. Dort gebe ich die Größe 1920x1080 Pixel an. Das sind die Maße eines Full HD Bildes. Fertig. Ab sofort wird der Bildausschnitt in der Größe 1920x1080 exportiert. Downscaling bedeutet immer einen leichten Detailverlust. Darum macht es Sinn, das Foto nach der Skalierung etwas zu schärfen. Als Methode wähle ich Unschärfemaskierung, die anderen Werte belasse ich weitgehend. Die Werte sind abhängig von der Größe des exportierten Fotos beziehungsweise seiner weiteren Verwendung. Darum gibt es keine Richtlinie, wann welcher Wert am geeignetsten ist. Hier heißt es experimentieren und nur eine Regel übertreibt es nicht mit der Bildschärfung. Das war's. Nun muss ich das Foto nur noch exportieren. Für den Bildexport gibt es in RAW Therapy zwei Vorgehensweisen. Bei einzelnen Fotos empfiehlt sich die Option Bildspeichern. Das Speichernfenster unterscheidet sich nur unwesentlich von anderer Software. Oben kann man einen neuen Dateinamen eingeben, links den Speicherort auswählen und unten wählt man die übrigen Optionen wie Dateiformat, Qualitätsstufe, Komprimierung und so weiter. Arbeitet man mehrere RAW Dateien in Serie ab, ist diese Exportmethode jedoch viel zu umständlich. Hier bietet sich die Warteschlange an. Dort lege ich die bearbeiteten Fotos ab und exportiere zum Schluss alle auf einmal. Dazu klicke ich in der unteren Werkzeugleiste auf Bild zur Warteschlange hinzufügen und finde das Foto oben in der Registerkarte Warteschlange wieder. Jetzt könnte ich das Foto weiter bearbeiten und erneut hinzufügen. RAW Therapy würde dann zwei Versionen exportieren. Das ist gut, um zum Beispiel verschiedene Einstellungen auszuprobieren. Die Optionen sind weitgehend identisch zum Speichernmenü. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dynamische Verzeichnisse anzugeben. Deute ich mit der Maus auf das Eingabefeld, öffnet RAW Therapy ein Pop-up mit der Auflistung aller möglichen Parameter. Da diese Liste aber selbsterklärend ist, gehe ich nicht weiter darauf ein. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, einen eigenen Speicherort zu wählen. Um die Fotos in der Warteschlange zu exportieren, klicke ich links oben auf den Start-Button und die Fotos werden exportiert. Natürlich dauert es eine Weile, bis die Liste abgearbeitet ist. Das war's. Abschließend noch einmal die Vorher-Nachher-Ansicht meines bearbeiteten Bildes. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Falls euch das Tutorial geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben oder ein paar nette Kommentare sehr freuen. In diesem Sinne, Fortsetzung folgt, bis zum nächsten Tutorial.